Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Die nächste Frage ist, darf ich im Liegen Koran lesen? Dass ich mich so hinlege und mein Koran in der Hand oder mein Handy in der Hand, darf ich da Koran lesen? Und das darfst du tatsächlich machen. Ja, das darfst du machen. Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, diejenigen, die Allah subhanahu wa ta'ala gedenken, während sie im Stehen sind, im Sitzen sind und Liegen sind. Also stehend, sitzend und liegend Allah subhanahu wa ta'ala erwähnen. Das ist kein Problem. Aber besser ist es, ja, besser ist es, wenn du dich mit Adept und Benehmen hinsetzt, dann ist es immer noch der Koran. Das ist nicht irgendeine Zeitschrift, die du liest, dass du ein bisschen anders mit dem Koran umgehst, dass du ein bisschen mehr Respekt zeilst. Wenn du eine Zeitschrift so liest, okay, dann liest du den Koran nicht. Aber wenn dich das daran hindern wird, du sagst, okay, dann lese ich halt keinen Koran, dann lieber liegend Koran lesen, als gar keinen Koran lesen. Barakallah fikum.